Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie an dieser Stelle aufs allerherzigste zu unserer Sendung Gadget des Tages. Und das sind immer ganz besondere Artikel aus unserem reichhaltigen Sortiment, die wir Ihnen zeigen möchten. Manchmal mit einem kleinen Augenzwinkern, manchmal ist es sehr techniklastig und manchmal ist es einfach nur praktisch. Und ein altes Sprichwort besagt, kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist. Und wenn Ihnen diese Aussage natürlich vollkommen ausreicht, um vielleicht in Sachen Garderobe und vielleicht auch in Sachen Tagesaktivitäten dann Ihren vernünftigen oder Ihren Tag vernünftig zu planen, dann können Sie jetzt auch ganz gerne mal schauen, was wir vielleicht an anderer Stelle noch im Programm haben. Wenn Sie es aber doch etwas präziser haben möchten, wenn Sie vielleicht auch anfällig sind mitunter für Lufthochdruck, da kriegt man immer ganz gerne ein wenig Kopfschmerzen. Gerade in den letzten paar Tagen, in den letzten ein, zwei Wochen, wo das Wetter dann doch eher etwas wechselhafter war, ist das sicherlich vielen so gegangen. Und manchmal hört man eben in den Nachrichten, morgens im Radio, im Auto oder von mir aus auch gerne in den Fernsehnachrichten, schon mal das Wetter für eine ganz bestimmte Region. Nur gerade in einer Stadt wie Berlin zum Beispiel mit dreieinhalb Millionen Einwohnern kann es im Norden tatsächlich schütten wie aus Kübeln bei 17, 18 Grad und unten im Süden ist es schön sonnig bei gefühlten 25 Grad. Ich möchte es aber einfach präziser wissen, um einfach zu wissen, muss ich mir mal eine Jacke mitnehmen, macht es vielleicht Sinn, vielleicht auch mal einen Schirm einzupacken oder kann ich vielleicht dann doch lieber die kurze Hose und vielleicht die offenen Schuhe dann am heutigen Tage für mich entdecken und auch mitnehmen. Diese Wetterstation, die ich Ihnen im Gadget des Tages anbieten darf, führt Sie ein eigentlich in die ganzen Geheimnisse des lokalen Wetters. Und das Schöne ist, dass wir Ihnen hier eine sehr schöne Kombination anbieten dürfen, bestehend zum einen aus diesem Handstück, drücken wir es mal so aus, das ist natürlich auch ein schöner großer Monitor, den man gerne mit einem einzigen Tastendruck, im oberen Teil befindet sich die große Taste, auch jederzeit beleuchten kann, sodass man auch mal in der Dämmerung oder bei schummrigem Licht jederzeit alles hervorragend ablesen kann. Und natürlich ist dieses gute Stück auch mobil einsetzbar. Sie können es überall mitnehmen, Sie können es aber auch aufhängen an einer ganz bestimmten Stelle oder auch aufstellen. Das heißt, Sie haben jetzt immer, wann, immer und wo immer Sie wollen, die passenden Wetterdaten im Blick. Damit Sie aber auch die richtigen und vor allen Dingen die präzisen Werte ermitteln können, die Ihnen hier auf diesem großzügigen Display angezeigt werden, übrigens fast 15 Zentimeter von der Diagonale her, haben wir hier in Verbindung mit unserer Basisstation auch noch den passenden Außensensor für Sie mit dabei. Dieses Paket, also diese Kombination, die ich Ihnen jetzt hier anbiete, besteht also zum einen aus diesem Handstück, wo man die Informationen hervorragend ablesen kann und einem Außenfühler. Wenn Sie jetzt natürlich ein etwas größeres Grundstück zum Beispiel haben, kann man hier jederzeit noch insgesamt bis zu drei verschiedene Außensensoren anschließen. Einer ist auf jeden Fall schon mal mit dabei und auch hier lesen Sie natürlich schon die entsprechenden Daten ab. Das heißt also Temperatur und auch die entsprechende Luftfeuchtigkeit. Dafür muss man nicht unbedingt immer gerade dann draußen, wenn man auf der Terrasse oder auf dem Balkon steht, das Handstück dann zur Hand haben. Schön ist natürlich, dass mir hier an diesem Display oder an dieser Basisstation natürlich alles angezeigt wird. Das heißt, Sie haben zum einen natürlich die Uhrzeit, das ist übrigens auch eine Weckerfunktion mit integriert. Es gibt noch eine weitere tolle Funktion, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Sie können hier jederzeit einen Trend eintragen lassen. Das heißt, Sie können also auch ablesen, ob es jetzt im Laufe des Tages weiterhin heiter bleibt oder ob vielleicht noch Wolken oder Gewitter zu erwarten ist. Sie sehen natürlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum. Sie sehen es aber eben auch für außen. Und selbstverständlich haben Sie hier noch weitere Einstellmöglichkeiten, zum Beispiel Mondaufgang, Monduntergang, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. All die Informationen sind mit dabei. Sie können hier sogar bei dieser Wetterstation jederzeit einen sogenannten Temperaturalarm eingeben. Im Sommer zum Beispiel, wenn von mir die Temperatur auf über 30 Grad steigt, Sie da etwas anfälliger sind, wird Sie unsere Wetterstation entsprechend warnen. Im Winter ist es natürlich ganz praktisch, da warnt Sie das Gerät auch gerne dann auch vor Frost. Reden wir mal über den Preis. Unsere Funkwetterstation hat normalerweise einen rechtstaatlichen Preis. Das haben wir mit knapp 60 Euro bei uns in der Liste. Momentan kriegen Sie diese Funkwetterstation natürlich auch bei unserem großen Mutterkonzern, bei Pearl. Und da liegt er bei knapp 30 Euro. Ich habe den heute im Gadget des Tages für Sie für 19,90 Euro. Das ist natürlich mal ein wirklicher Spitzenpreis für die genauesten Informationen, die man haben kann, eben für das lokale Wetter. Was interessiert es mich, wenn ich in Köln sitze, wie in Frankfurt das Wetter wird, um es ein bisschen überspitzt darzustellen. Ich möchte einfach wissen, wie sieht es aus. Kann ich meine Blumen setzen? Muss ich mir eine Jacke mitnehmen? Brauche ich einen Schirm? Oder tun es auch ein paar Flipflops und mal eine kurze Hose? Das alles ist hier entsprechend mit dabei. Man kann seinen Tag wesentlich besser planen und ist immer bestens über die entsprechende Wettersituation informiert. Die NC7102 und die 569 wäre die entsprechende Artikelnummer für unser Gadget des Tages. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Vielen Dank.